Knotty ASF Hallo ihr lieben Nachtäulen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute pack ich mit euch die Glossybox aus. Eigentlich mache ich das immer live im Stream, aber ich habe gerade eine kleine Streamingpause eingelegt. Bis zum 26.05. Und da sie jetzt angekommen ist, packe ich sie jetzt im Video aus. Also, ich habe die schon mal aus der Umferpackung geholt, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Und zwar habe ich hier 1000 Gutscheine drin gehabt. Einmal wild nachfüllbares natürliches Deodorant. Okay, eigentlich ist es solche Deos. Solche Deos mag ich eigentlich gerne. Achja, naja. Gut, ist jetzt alles spiegelverkehrt. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, oder? Ja, ich glaube das ist nicht so schlimm. Es geht ja hier um die Produkte. Dann haben wir hier einen Gutschein für Hunde. Ich habe keinen Hund. Also hat sich das erledigt dann wieder für die Hello Fresh Box. Ist auch immer drin irgendwie. Bestelle ich aber auch nicht. Oh, dann 50% Highlights für den Frühlingsglow. Achso. Bei Flaconi. Okay. Das wäre vielleicht sogar noch interessant. Ich habe hier nur Mac gesehen und dachte so 50% auf Mac. Ja, das... Naja. Was steht halt hier? Flaconi-Verteile für sein kostenfrei ab 29 Euro. Nanana. Aber es steht irgendwie hier, wie viel man bestellen muss, damit man 50% bekommt. Ich gucke mal gerade. Hier steht jetzt 9% auf das gesamte Sortiment sparen mit deinem persönlichen Gutein. Gut. Hey. Und... Achso. Okay. Bis zu 50% im Shop. Und mit diesem Code bekommt man 9%. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das... Werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Vielleicht kann es einer von euch gebrauchen. Ist jetzt halt spiegelverkehrt. Vielleicht macht ihr euch einen Screenshot und spiegelt es. Ja. Und hier gibt es noch 15% auf Sonnenbrillen. Naja. Ich trage so gut wie nie Sonnenbrillen. Weil ich habe immer so das Gefühl, so eine Accessoires stehen mir nicht alle so Hüter und Sonnenbrillen und sowas. Naja. Okay. Okay. Das mal dazu. Kommen wir jetzt... Ich mache mir hier ein bisschen Platz. Kommen wir jetzt zur Box. So. Okay. So sieht sie aus. Und die ist diesmal ziemlich leicht. Ich mache den Deckel ab. Ich mache den Deckel ab. Ich werde jetzt... Also da ist ja mal so ein Papier drüber. Ich werde jetzt nicht gucken. Ich werde das jetzt blind da rauswischen. Sodass wir alle überrascht sind. Aber hier ist nochmal irgendwas. Achso. Das ist das Ding, wo man gucken kann, wie viel die Produkte kosten, die dran sind. Okay. Da gucke ich hier nie nach. So. Ich zeige euch das nochmal. Also. So sieht das jetzt aus. Und irgendwie ist sonst immer... Wartet mal. Hier so. Sonst ist eigentlich die Schleife immer drum. Aber die ist irgendwie diesmal schon offen. Ich hoffe keiner hat was rausgeklaut. Aber gut. Das Paket war ja zu. Also ich fische mal. Okay. Was ist das? Okay. Oh, eine Maske. Cool. Youth Lab Brightening Boom Mask. Ziggy Microfiber Face Sheet. Okay. Also eine Gesichtsmaske. Aufhellende Brightening. Heißt das aufhellende Gesichtsmaske oder was? Steht halt alles auf Englisch. Ah ne. Die gedrängte Stoffgesichtsmaske mit bleichender, reparierender und feuchtigkeitsspendender Wirkung zur Reduzierung von Flecken, Akne und Pigmentflecken. So was habe ich nicht. Noch nicht. Vielleicht sollte ich die aufhalten, bis ich 70 bin. Nein. Aber äh... Gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die benutzen will, wenn die so eine Wirkung hat. Vielleicht kann ich die meiner Mom schenken. Morgen ist ja Muttertag. Also ich weiß nicht, wenn ihr das Video sieht, aber ich nehme es jetzt gerade auf am Samstag, dem 13. Alles klar. Cool. Ich fühle mich. Hier habe ich mir das paar Mal schenken. Warum. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Und das drinnen. Von dir zu mir. Aber läge mich. Ich fühle mich. Und das drinnen. Ich fühle mich. Nun denn, gucken wir mal, was noch drin ist. Original Borutaigo irgendwas. Borutaigoduft, was? Oh, jetzt scheint die Sonne hier rein. Ähm, wartet mal. Italienische Marke, seit 1878. Ähm, Active Crystal. Töck, 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 extra dry. 48 Stunden Schutz ohne Alkohol. Ei, 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 okay, warte mal. Ähm. Der Wendung gut schütteln. Spray aus ca. 15 cm Entfernung. Sprühen. Ja, okay. Es hat ein Dio, schützt, indem es die Schweißbildung einschränkt, absorbiert Schweiß, sobald er entsteht, neutralisiert die Schweißmoleküle, damit du immer, damit du dich immer wohlfühlst. Ich werde mal drin riechen. Ja, ich mag die Farbe. Die ist grün. Passt zu meinem Shirt. Ich mag das jetzt einfach mal hier so. Warte mal. Das wird bestimmt laut. Lass dich nicht mal drücken. Oh. Aber ich weiß nicht, ob ich die Luft mag. Es geht, also, es riecht ziemlich süß. Ich mag eher so blumige Düfte. Frische, blumige Düfte. Ja, also, es geht. Ich kann das gar nicht irgendwie. Hat das was von Schokolade? Finde ich. Von Kakao. Naja, ich denke, ich werde es verwenden, ja. Okay. So. Aber wartet mal, wir können noch ein bisschen Litzsons machen. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr es mehr mögt mit Hintergrundsons. Weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen leise Musik an. Ich hoffe, man hört die überhaupt gut. Ich habe die Hörten ganz leise. Oder mögt ihr es lieber ohne, so ganz ohne Hintergrundsons. Ich liebe Litzsons. Dann schauen wir mal, was noch drin ist. Also, ich kenne die Marke. Das ist etwas quadratisches, viereckisches. Oh, das sieht cool aus. Velvet Lip Liner. Long Lasting Formula. Intense Pigment. Ah, von C.A.T. Falls es so ausgesprochen wird. Also, ich kenne die Marke. Davon habe ich ein paar Nagellacke. Und wenn ihr gerne meine Videos schaut. Dann könnt ihr auch sehr gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Da bin ich immer montags, dienstags, freitags und samstags live. Ab 23 Uhr. Falls ihr da noch wach seid. Ich verlinke den Twitch-Kanal unten, wie immer eigentlich. Also, ich kenne die Marke, die Marke, die Marke, die Marke. Okay, gucken wir mal rein. Ich bin gespannt, was das für eine Farbe ist. Okay, hätte ich mir denken können. Cool, aber das ist genau meine Farbe. Also, wenn ich Lip Liner trage, dann genau diese Farbe. Cool. Finde ich gut auf jeden Fall. So sieht das aus. Ich zeige euch das mal. Wir können immer zusammen aufdrafen. Wenn ich das jetzt über den Bildschirm schaffe. Hier habe ich übrigens einen Kratzer, weil mein Kater hatte wieder seine fünf Minuten. Gar nicht so leicht gerade. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade so gut hinkriege. Ich mache das jetzt eher blind gerade. Ja, ist doch ganz schön. Doch, der gefällt mir. Das ist auf jeden Fall ein cooles Produkt. Okay. Auf zum nächsten Produkt. Also, eigentlich sind immer fünf Produkte drin. Wir hatten jetzt drei. Die Maske, den Deo und den Lip Liner. Was ist das? Was ist das denn? Optimal Hydration. Ah, okay. Hydration. Also, das ist wohl wahrscheinlich eine Creme, denke ich mal. Regenerierende Body Lotion. Body Lotion. So klein. Ich zeige euch mal, im Gegensatz, das Deo. Das ist eine ganz normale Größe, das Deo. Die ist ja mini. Da kann ich mich vielleicht, wenn es hoch kommt, zweimal mit eincremen, wenn überhaupt. Aber es macht gute Geräusche. Auch wenn ich das jetzt nicht so toll finde, sage ich mal, das Produkt. Also, einfach, weil ich benutze selten Body Creme und dann ist es halt auch noch so wenig. Trotzdem hat es gelohnt, weil... Ich rieche mal gerade dran. Weil, äh, ich habe eine Zuschauerin, die liebe Mori Schnecke. Und sie liebt diesen Sound. Diesen hier. Und, äh, normal mache ich das ab und zu so an einer Wasserflasche. Ich habe aber immer noch so eine große Wasserflasche an der Tableta. Und, äh, die zu halten, ist dann mal ein bisschen umständlich. Und das Ding ist so klein. Das ist einfach perfekt. Und sogar noch ein bisschen breiter als so ein Flaschendeckel. Also, von daher... ...hat sich das Ding trotzdem gelohnt. Es riecht einfach irgendwie nach gar nichts. Ich rieche gerade nur noch das Deo. Ne, es riecht nach nichts. Irgendwie. Oh. Ich mag aber die Konsistenz. Es ist nicht so dickflüssig, sondern sehr... Tja, weiß ich nicht. Es verteilt sich sehr gut auf der Haut. Oh Gott, die Sonne. Ja, ich denke, den Geruch mag ich nicht so... Also, es riecht irgendwie nach nichts, aber irgendwie auch nach... ...nach irgendwas. Eher muffig. Keine Ahnung. Egal, noch ein bisschen Sounds damit. Ich kann mal lesen, was das hier bewirken soll. Äh, regenerierende Body Lotion. Ja, das war es auch schon. Ach nee. Oh, es ist klein. Die regenerierende Body Lotion lässt sich leicht verteilen, ja. Und sorgt... ...und versorgt die Haut intensiv und langanhaltend für bis zu 48 Stunden mit Feuchtigkeit. Ja, das ist was ganz cool. Ja, ist okay. Vielleicht benutze ich die mal. Ich weiß es echt nicht, weil ich vergesse sowas immer. Ich bin so nach dem Duschen, trockne ich mich gleich ab und... Ja. Wenn ich trockne, entdehe ich mich an. Okay, mal schauen, was das letzte Produkt ist. Ach nee, ich fühle noch... Oh, ich fühle noch drei kleine Sachen. Okay, die erste Sache ist... ...das hier, das sind wieder... Oh Mann. Oh Mann, ich muss das so anhalten. Das sind alles wieder so kleine Cremes irgendwie. Ähm... Matt-Maski oder Mood-Maski-Glam-Care. Perfection. Ah, ein Primer. Okay. Äh, steht da noch was auf Deutsch? Ne, da stehen nur Inhaltsstoffe. Okay. Ich muss immer dran riechen. Also, ich zeig's euch mal. Das ist so Rosé-Hautwarben. Okay. Das riecht wirklich nach gar nichts. Also, hier habe ich's jetzt hin. Ja, man sieht halt nicht viel, aber... Primer finde ich okay. Das werde ich auf jeden Fall verwenden. Das ist halt einfach, ähm... ...dass es Make-up länger hält. Und vielleicht die Haut ein bisschen ebenmäßiger erscheinen lässt. Ja, ich seh da jetzt keinen Unterschied, aber... ...an der Hand kann man das, glaube ich, auch schwer erkennen. Okay, das nächste Produkt. Oh, das fühlt sich an. Also, ich meine, ja, es ist eine kleine Droge, aber da mal so... ...vergleich. Aber, ähm, das fühlt sich an, als wäre da nur... ...ein Drittel drin oder so, bis hier. So fühlt sich's an. Ganz leicht. Ultra-Facial. Oh, ich kann das nicht aussprechen. Äh, von Kiehl's irgendwas. Ähm, Daily Balm to Cream Formula. Ja, to instantly relief. And intensively repair skin's moisture. Barrier. With color. With colloidal oatmeal and beta-glucan. Keine Ahnung. Okay, eine Creme halt. So kleine Dinger, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, oh mein Gott. Wenn ich's gegen's Licht halte, ist ja beschiss. Ich seh das hier nur so ganz klein... Sieht man das? Ich seh das grad, aber... ...da ist nur so ein ganz kleiner... ...Tropfen drin. ...mehr Luft als alles andere. Oh, das ist ne feste... ...Ähm... ...ist eher so ne feste Creme. Na gut. Die riecht ganz angenehm. Zumindest haben wir hier viele Lidsounds. Zumindest Boris. Zumindestям weiss. Zumindest Zumindest bier. Zumindest bier. Okay, und dann noch die letzte Sache. Es liegt ganz hinten. Oh, das fühlt sich an wie ein Lippenstift oder so vielleicht. Ich weiß nicht genau. Oh ja doch. Stainy Egg. Und auf Tint vor Cheeks and Lips. Oh cool, okay. Das finde ich cool. Plopp. Oh, es ist frut. Tja. Ich mache es mal hier auf. Das ist der Lip Liner hier. Okay, geht eigentlich. Das ist doch nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Oh ja, man sieht aber, dass gleich, also ich habe es jetzt verwischt, aber da ist noch so ein Fleck, seht ihr? Also man hat wirklich ein, wie heißt das jetzt nochmal? Ein Stain, genau. Naja, ich probiere es gleich mal. Obwohl ich immer das Gefühl habe, dass mir so eine Farben nicht so wirklich stehen, aber gut. Oh, fühlt sich voll schön an, auf jeden Fall voll weiß. Oh mein Gott. Könnte süchtig werden nach dem Gefühl. Passt jetzt nicht so gut zusammen, aber... Oh, voll schön, ey. Muss ein bisschen trocknen. Boah, finde ich eigentlich ganz schön. Passt jetzt nicht so zum Make-up. Nicht so perfekt, aber... Ich finde die Farbe echt schön. Da stand ja auch für Wangen, ne? Ich probiere das jetzt mal. Ich glaube, da muss man sich bereilen, sonst bleibt da ein Fleck, bis die da ins Kompass. Weiß ich nicht, sieht man da überhaupt was? Bisschen mehr. Ja, so ganz bisschen, weiß ich nicht. Aber jetzt sehe ich jetzt auch nichts. Ja. Aber für die Lippen fände ich es echt schön. Ist eine schöne Farbe. Hätte ich nicht gedacht. Weil das so krass aussieht. Aber ja. Doch. Gefällt mir. Das Geräusch. Ist jetzt, wo es ein bisschen getrocknet ist, so ein bisschen gelieblich. Ja, aber ist okay. Man schmeckt ein bisschen bitter. Also, ähm, Fazit. Ja, ich finde die Box okay. Also ich sag mal so. Was ich daran cool finde, ist auf jeden Fall der Lip Liner. Weil Gott sei Dank ist es halt auch genau meine Farbe. Und diesen Lip Stain und Wangen Stain finde ich auch ganz schön. Ja. Ja. Aber die anderen Sachen, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also so ein Deo, ja, verwende ich sehr. Ich verwende sehr selten Deo. Obwohl ja doch, dass diesen, ähm, Frosch, sorry. Den Primer, den finde ich auch noch ganz cool. Doch. Stimmt. Aber die, ja, ist Deo, diese Creme und das hier hätte ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich das verwende, sagen wir mal so. Aber, ja, für Sounds ist das auf jeden Fall super, wie gesagt. Was sagt ihr denn? Würdet ihr gerne, ähm, ab sofort, sag ich mal, ähm, jeden Monat ein? Unboxing von der Glossybox sehen? Oder sagt ihr, nee, es interessiert euch nicht? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich Bescheid und dann kann ich das das nächste Mal da einfach aufnehmen, während ich streame. Und dann halt auch auf YouTube hochladen. Jetzt fliegt ja so eine kleine Fliege rum. Nein, nein. Mensch. Ja. Das war's schon mit der Glossybox. Also ich denke mal, dass ich nichts mehr drin auch sah. Moment. Ja, was hier noch drin ist, das sind diese Flosendinger. Verpackungsschlangen. Also ich habe hierое. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's. Oh, jetzt blendet mich die Sonne. Ja, ich hoffe, oh mein Gott, ich hoffe, das Video, der Stream wollte ich gerade sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht seid ihr ja sogar schon eingeschlafen. Und ja, ich freue mich immer über Kommentare, über euer Feedback. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Entweder hier auf YouTube oder auf meinem Twitch-Kanal. Schlaft gut, ihr lieben Nacht, euer Gute Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht.